Was möchtest du denn sagen? Das ist die ganze Lage. Neue Mitarbeiter. Entschuldigung, Mitarbeiterin. Ah, du bist eine Mitarbeiterin. Herzlich willkommen. Wo hast du denn jetzt schon wieder das Spielzeug? Wo hast du denn jetzt schon wieder das Spielzeug hingeschleppt? Ich sehe es genau. Ja, haben sie in deine Kiste geworfen? Wer muss das hier mal raus holen? Wer muss das hier mal raus holen? Komm, bist du hungrig? Ja, du musst noch wachsen. Und jetzt ist es eingehängt. Jetzt musst du es selber los machen. Erwischt. 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 Erwischt.